So, weiter geht's. So, was haben wir denn hier für die Fahrrotos? Ja, ich bin sogar gezwungen, den hier zu verkaufen. Dann machen wir das doch. Zwei Rennen scheinen das zu sein. Oder drei Rennen, drei Rennen, zwei Rennen, wer auch immer. Schauen wir mal. Was geht's? Drei Rennen sind es insgesamt. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Christian, was denkst? Warte, hier wurde gerade gesagt, dass es in wenigen Sekunden beginnt. P14. So, schauen wir mal, ob wir es hier hinkriegen. Okay, ich bin am Funkgerät, falls du etwas brauchst. Dankeschön. Du Sackle. Keine Worte, ich bin hier fair und fair. Ja klar, es ist schwierig jetzt hier durchzukommen. Ja, ich bin da weniger durchgedrückt, das ist gerade. Ich komme leider nicht nach hinten. Boah, Schatte. Gehe da lieber auf Abstand. Lass mich nicht auf dem Rennen werfen. Schön rausgehauen. Schön, weil wir da vorne. Aber wir kennen das ja von gestern, da haben wir auch sehr schlecht angefangen. Warte, wir hätten es heute geworden. Ich bin so unnötige Zeitstrafe im Viertag geworden, nur. Da gehen wir auch sehr lange am Ende des Feldes. Jetzt müssen wir es tatsächlich versuchen, ein bisschen zu gerichten. Auf 13 sind wir jetzt schon. Aber kommt auch nicht in die Position. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft geracht. Ja, das ist halt leider schon so. Jetzt nehmen wir uns jetzt schön weg. Komm her. Dankeschön. Wir sind weit hin. Der ist schön weggekämpft. Der ist schön weggegedrückt. Klar, dieser Verkopf. So, zwei, drei Mal ist das versucht. Jetzt habe ich dich gehört zu dem. So, jetzt bin ich an dem Kollegen zumindest dran, der mich gerade da aber ein bisschen weggehauen hat. So, ich muss jetzt mal ein bisschen aus dem Windschatten, aus dem Bereich da von den Kollegen raus. Zeichen,, aus dem Kollegen. Ich sehe aber auch kräftig ziemlich abbeugt. Ich sehe aber auch kräftig ziemlich abbeugt. Hier mögt mich nicht, ne? Hier mögt mich echt nicht nach vorne zu kommen, also ein bisschen reinkommen vorne. Ja, dann klatscht mich dann immer doch noch in die Wand. Ich muss ja ein bisschen nach vorne jetzt, ne? Immer wieder wieder auf Kontak, immer wieder auf Kontak. Kann nicht sein, momentan. So, jetzt bin ich schon vorbeigegangen. Wenn jetzt der Teamkollegen sagt, kommt mal vorbei, werde ich zumindest mal Platz 3 jetzt. In der letzten Kombination muss ich mir natürlich diesen Sieg noch irgendwie erarbeiten. So, Führung erholen, gut. So, Führung erholen, gut. Geil, der will so, ne? Also, ich kann jetzt weg von der Ideallinie, damit der nicht an mein Windschatten geht. Und dann hohen wir zu der Sieg. der war hart und kämpft aber egal gewonnen nächster so Glück gehabt Sydney drei Rennen wieder bei Regen ich glaube wir müssen uns wieder durchkämpfen wo stehen wir denn überhaupt ziemlich weit hinten auf jeden Fall ich stehe gar nicht drin auf dem letzten Platz sogar April 16 hat den Sieg im ersten Rennen viel Erfolg ich gucke jetzt da nehme ich auch hin du schon wieder ich wundere dich nicht wenn du dafür attackiert wirst ja gerade mich im letzten Rennen schon mal ordentlich fest im Fick zu holen so vorbei jetzt bin ich auf die sieben ja das haben wir fast klar und er war schön weit vorne und dann heißt es wieder du gehörst da hinten und sei nur das Fels leck mich doch jetzt kann doch nicht sein dass ich schon wieder so ich war so schön weit vorne 5.6 wie sowas boah der hat sich noch richtig schön erledigt scheinbar den ersten Ausfall Und vor allem, habe ich mit dem nichts zu tun. Das war mir fast klar, dass du nochmal nachschießt. Ja, das war mir fast klar, dass du nochmal ausbremsen musst, du Arsch, ey. Ich glaube, da hast du jemanden wütend gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich schön vorbeigedremst, ja. Halt jetzt weg. Hier geht es eigentlich nur um einen Kollegen und das ist der hier vorne. Da liegt auf der jetzt vier. Ja, drei, so. Da müssen sie mich noch vorderen kämpfen. Ich will ihn noch nicht verpacken. Jetzt geht es mir nur um den Sieg in diesem Rennen hier. Jetzt habe ich dich. Das zweite Mal nach vorne geklappt, jetzt muss ich auch vorne bleiben. So, ich kann noch ein Rennen und dann haben wir es danach. Jetzt sind wir auch schon durch die Woche. Okay, wir haben mit Glück. Was geht denn jetzt noch runter? Letzte Runde, verteidige deine Führung. Das ist der Plan an der Sache. Das ist der Plan an der Sache. Und das ist der Plan. Und das sind jetzt schon ziemlich groß. Ist das? So Und jetzt geht es um Richtung Stadtziellinia. Da haben wir das zweite Rennen auch gewonnen. Yes. Gott sei Dank. So. Ein Rennen haben wir noch. Wie viel haben wir denn den Vorsprung gehabt am Ende? Ah, gute 10 Sekunden. Ja, gut. Jetzt zu rennen. Jetzt bitte nicht wieder von hinten. 3,8 Kilometer. Schau nicht wieder von ganz hinten. Irgendwo. Die ganze Kirche geht es da durch. 6. Ja, ich bin fast. Ah, nicht ganz am Ende. Trickletzer. 14. Ich bin da so ein... Durchs Feld kämpfen. Das ist jetzt nicht mit Standteil des Platzes, der mich da überholt. Scheiße. Ich kann nicht durch. Ich kann nie durch momentan. Okay. Da wird jemand nicht glücklich sein. Momentan ist nicht durchs Feld. Ich komme. Sie mögen mich gerade echt extrem. Klar, ich habe erst mal einen Rennen gewonnen. Aber ich glaube, der Gesamtziel müsste, dürfte uns nicht mehr zu nehmen sein. Ja, der wird das auslecken. Aber ich will es gewinnen, klar. Also auf 11 schon mal. So ist das jetzt zu retten hier für heute. Und ja, ich habe heute für diese Woche. Da, wo ich eben vorbeigehe. Ich fahre heute auch ohne Rücken auf von dem Ziel vorneweg. Ja, der Teamkollege führt. Und da will ich ran. Ja, zweiter momentan. Äh, siebter momentan. Klatsch, den habe ich mal erwischt. Aber da habe ich auch voll. So weißt du. Das war keine Absicht, tatsächlich. Aber. Es hat tatsächlich jemanden richtig getroffen. Ja, der habe ich ja auch versucht, ein paar Mal wegzuschießen. Und es immer geschafft hat. Und jetzt führt der Teamkollegele-Gampelführung von uns. Das Team. Ist mir egal. Wenn ich da gewinnen würde, ist es immer auch okay. Aber mein Ziel ist es hier selber, das Hänge zu gewinnen. Das ist der Einzige, mit dem ich es nicht unbedingt auf Beamen gebrecht probieren würde. Und da ziehe ich es ohne vorbei. Also, da, da. Da, da, da. Da, da, da wird gut gekonnt. Da wird mich gut ausgespielt. Da wird schön in den Schöpfer rein. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. Ja, da will er noch. Er will doch sich vor, dann bleibt klar. Aber, dass du er wieder gegen mich verlieren. Zumindest vorerst. So, der eine Fahrer, der ist jetzt eben sauer auf mich. Klar, ich habe ihn auch voll, da habe ich schon gedreht. Aber wie gesagt, das war nur die Rache für das Rennen vorhin. So, bislangweise am Anfang. Kann er mich auch schon ein, zweimal weg herhauen, aber hat er nicht gebracht. Er hat sehr wahrscheinlich gewonnen. Wenn nicht noch irgendwas passiert. Wenn. Holen wir es. Yes. Das ist die richtigen, genau. Genau den richtigen da hinten habe ich. 15 hat es noch gewonnen. Na ja, mir egal. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. So. Gut. Durch. So lange hat er mit dabei geblieben. Ne, gar nicht. Okay, ich dachte mir ja schon, das wäre unser Kollege gewesen. Aber er sei da noch nicht gewesen. Okay. So, gut, das verabschieden war es das und damit machen wir dann am Montag weiter. Bis dann. Tschüss.